Bei Bauarbeiten zum barrierefreien Ausbau an der Haltestelle Tiefstark wurde ein Stromkabel durchtrennt. Von dem Stromausfall war zum Glück nur die Bahnsteigbeleuchtung und die Bahnsteigunterführung sowie die Fahrkartenautomaten betroffen. Das CRW rückte zur Amtshilfe an, um die Bahnsteigbeleuchtung sowie die Bahnsteigunterführungen wieder mit Strom zu versorgen. Von dem Stromausfall waren die Züge des Regional- und Fernverkehrs sowie die Linie S21 nicht betroffen. Die Linie S21 fuhr langsam durch den Bahnhof durch. Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen wurde eingerichtet. Die receptors schlussend müssen bleiben, und die Ver blockerten, die Durchseite der 4.1. Die Elektoren wurde beholden, die diabetes für den Però Baby, die eine Aktie betroffen hat. Also wenn sie irgendwie ein Bild brauchen mit dem Bahnhof, dann machen sie das in Ordnung, machen wir mal. Und dann gehen sie da rein, wo wir da haben müssen, um die Flöder zu kommen. Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 ZDF